Hallo und herzlich willkommen zu einer Scheiß-Folge GTA. Los geht's, wir wollten heute erstmal zum Bauernhof. Und der Herr Mollelort ist auch dabei, hab ich ganz vergessen. Hi, von unfassbar, wie du diese dumme Anmoderation machst. Komm mit, jetzt gehen wir zum Bauernhof. Jetzt, dann mach du halt ne gescheide. Ne, die bleibt jetzt drin, wir gehen jetzt zum Bauernhof. Auf geht's. Wir können das doch nicht als GTA abspusten. Ist es auch nicht. Also wenn die Leute nicht blind sind, dann sehen sie ja im Titel, dass da nicht GTA drinsteht und ich weiß auch nicht. So, auf geht's. Fahrrad. Komm, dann mach jetzt ne Normale. Ne, wir lassen die, komm mit. So, ist Generation Zero. Jetzt haben sie auch das Update bekommen, los geht's, auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero, Folge 5 oder 4. Hä? 4, 5. 4, 5, okay. Oh Gott. Wow. Geiles Rad. Er fährt schon weg, er hat schon vor 15 Minuten, wo wir nicht aufgenommen haben, gesagt, was wir heute machen. Wir wollten heute zum Bauernhof. Oh, du löscht das nicht meine komische Ansage drin, weil die passt nicht. Nee, das würde ich nie machen, auch nicht im Nachhinein, nein. Wie könnte ich? Oh. Was zum Looten. Oh, hallo? Höre ich schon wieder Ponys? Oh. Oh. So, dann... Hä? Oh. Was war das? Irgendwas ist da? Ah, geil, Selbstzerstörung. Das liebe ich ja immer in. Was war das? Ist denen gerade die Sicherung durchgebrannt, oder? Die haben dich gesehen und deine Frisur und die... Ja. Ho, jo, ho, 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 ho. Sicher. Mich und meine Frisur. Klar doch. Warum auch nicht? So, ist da noch was drin im Auto? Ja, cool, ein Rucksack. Und hinten? Ah, hab ich schon. Und da drin? Oh, nix. Beifahrer, nichts. Hinten, nichts. Oh, Polizei. Nichts. Weißt du, die Autos damals... Das Auto erinnert mich irgendwie an das Ghostbuster-Fahrzeug irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Da vorne rechts ist ja... Ach so. Moment, sind wir schon da? Wir sind noch nicht da. Ich glaube, es gibt da noch irgendwann... Markier die Kirche doch einfach. Warum soll ich mir... Hä? Was? Warum soll ich mir die Kirche... Ich will markieren. Warum denn? Ich weiß auch, wo die ist. So, der, oder? Und warum fragst du dann, ob wir schon da sind? Generell, wir fahren auch nicht zur Kirche. Wir fahren zum... Dingsbums. Ne, vorne rechts. Ähm, da ist noch... Ähm. Aha, wo liegt ein Rad da? So, vorne rechts ist ja noch ein Gebäude, gell? Die Bauernhütte. Ich komme! Wee, 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 oh. Polizei ist da, keine Sorge. Ihr armen Burger. Oha, äh, 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 ja, 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 aha. Kann man nicht den Panzer hier verwenden, irgendwie? Ähm. Was denn? Du bist hingegangen. Du gehst ja immer ins Gefecht. Ich verstecke mich ein bisschen. Wo auch immer du jetzt bist. Bist du tot? Ja. Geile Sache. Hast du gut gemacht. Bist du tot? Ich hab die Schießen gemacht. Hast du überhaupt noch alles? Weil ich hätte dich auch wiederbeleben können, gell? Weiß ich nicht. Doch, hätte ich machen können. Ähm. Schauen wir doch, ob du noch alles hast. Ich bin erst gleich tot. Achso, hast du noch ein Medipack? Ich hab noch voll viele Medipacks. Und du? Dann schluch doch mal. Oha, ist das nicht mehr. Da unten. Hat er eine Rauch schon? Was denn? Bald fertig. Da im Wald ist er noch. Oh, ich hab keine Munition mehr. Ja, auch nicht. Dann gehen. Da gut. Bleib liegen. So. Ist das jetzt... Meine. ...geschafft? Ich brauch unbedingt ne Waffe, wo... ...wo ich die Munition noch verwenden kann. Ich auch. Ich hab nicht... Ich hab jetzt nur noch die Schrotfläne. Die ist irgendwie scheiße. Du hast ja auch ne Schrotfläne, die letztes Mal noch gehabt. Ja, aber die hat keine... Ich hab für die keine Munition. Achso. Und ich hab keine Schrotfläne. Das ist, ähm, glaube ich, Sniper oder so. Vielleicht könnt man tauschen. Vielleicht hast du ja dafür Munition. Und ich hab für die anderen Munition. Das ist eine... Ein Jagdgewehr. Kaliber. Kaliber. 243. Hast du die zufällige Weiße oder so? Nein. Oh, das ist ja immer glatt geworden. Nur 9 Millimeter. Ah, okay. Hast du zum Beispiel, äh... Zum Beispiel Munition für die... ...Halbautomate 32 ACP? Hier ist ein komisches Sammelgegenstand. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Da hinten ist Licht. Hier ist Munition drin. Da hinten ist Licht. Okay, wo? Da drin. Und hier ist auch so ein Pony. Das sollte ich auch ein bisschen ausmeln. Oh, das mit den Ponys kenne ich. Gut, hier ist schon mal nichts drin in dem Raum. Komm ich rüber? Guten Tag. Ach doch, da oben ist was. Nein, Munitions. Nichts. Aber nicht sehr viel. Da ist vieles da drin. Sammelgegenstand aufgehoben. Schön. Das ist gut. So, jetzt habe ich zwar... Oh, jetzt habe ich 20 Munition für die... Für das Dingsbums. Hast du noch Munition? Für irgendwas? Für? Für... Ich habe noch 14 Schuss... Ich habe noch 14 Schuss für die Pistole. Und 23 Schuss für die Pistole. Also 23. Auch 23 für die Pistole. Und... 15 für die Schrothünte. Wir sind derzeit hier. Okay. Schau da vorne. Da leuchtet Licht im Wald. Sollen wir da mal kurz hingehen? Vielleicht kriegen wir da auch noch ein bisschen Munition. Da leuchtet Licht im Wald. Da vorne. Das ist nie, ob das so gut geht. Anni, das ist die Kirche, oder? Ich glaube... Doch, das ist die Kirche. Wir schauen richtig. Schau da. Also, wieder auf unsere Fahrräder oder sollen wir weiter zu Fuß? Wir können... Naja, das ist ja noch ein ganzes Stück entfernt. Der Bauernhof da drüben. Ja, stimmt. Deswegen... Fahrräder... Ja, komm mal ruhig mit den Fahrrädern wieder. N. Ihr seid falsch, Fahrrad. Deins liegt hier. Ah. Ja, jetzt ist das andere Deins. Tatsachen, ja. Können wir uns nicht mal die Fahrräder gegenseitig ausbauen. Das ist stuf. Aber naja. So, komm ich jetzt hier hoch? Sieht irgendwie billig aus. Egal, ich fahr kurz zurück und dann auf jeden Fall... Ja, egal. Ich... Ähm... Er bleibt einfach stehen. Hallo. Fahren Sie. So, ich warte hier mal. Ich komme. Ja, ich warte ja gleich. Oh, da vorne sind wieder Autos. Da kriegt man wahrscheinlich wieder Munitionski. Hast du da in dem LKV hier schon reingeguckt? Kann man da reingucken? Weiß ich nicht. Doch, man kann sogar reinschauen. Da sieht es aber... Oh, da ist sogar eine Kiste. Ich komme aber nicht hin. Ich hebe dich hoch. Oh, danke schön, danke schön. Man muss von der anderen Seite hin. Äh, ich hab dich... Also, du bist reingesprungen und bin nicht unter dich gelaufen. Bist du nicht mehr runtergefallen. Ja, super. Hör doch mal auf! Äh... Einfach nicht... Scheiße, Scheiße. Weißt du? Seitlich durchgeschossen. Hier! Hier! Was ist das? Was ist das? Kannst du nicht wegschießen? Weil man kommt nicht... Das war doch schon. Das war ja nicht. Das war schon. Man kommt ja gar... Ach, jetzt komme ich rein. Man muss sich reinbacken. Ja, ich halte dich gerade. Das sieht merkwürdig aus. Oh, bleib mal so stehen. Bleib mal so. Nein, mach die Lampe aus. So, geil. Warte nochmal. So, Screenshot gemacht. Wir können weiter. Ich muss auch noch gleich meinen Look ändern, gell? Ja, stimmt. Warum? Das mache ich doch jede Aufnahmesession. Schau, da ist schon wieder... So, tschüss, Rad. Du musst es ja nur wieder verbinden, alter Thema. Hä, das ist... Das wird auf der Mähbahn gezeigt. Jetzt schiebt er mich schon wieder einen Abhang runter. Standard. Was anderes bin ich hier nicht gewöhnt im Let's Play. Das ist... Äh, ja. Tschüss. Tschüss. Hallo. Mein Rad. Ja, ich weiß, aber du bist einfach... Oh, die Räder backen. Oh, warte, warte, warte. Hier war was. Warte. Ich habe ja gerade... Warte. Tschüss. Ja. Das Wuppi. Kommt er? Da vorne. Schau, das sind zwei neue. Da kriegen wir wieder Munition. Naja, weil wir ja so wenig Munition bei denen rausschießen. Ja gut, dann gehen wir weiter. Oh, da... Nee, warte, warte, warte. Weißt du was? Ich lege mal das Ding hier hin, gell? Das Radio. Nee, nee. Die ist ein Kanister. Siehst du den? Wenn ich den hier hinlege? Ja. Also ich lege den mal. Ich sehe dich. Oh, sie kommen. So, er liegt dort. Ich leuchte mir eine Lampe hin. Wenn die kommen, dann... Nein, da sind mehr als einer. Rechts ist auch noch. Geil. Was sind hier denn jetzt? Das hat sich schon wieder gelohnt. Darf das Ding schießen? Ah! War einer schon erledigt? Oh, Leben. War wichtig, Midi-Packs? Alter, ich... Ja? Ich nicht mehr viel Schuss habe. Egal, jetzt wollen wir wegfahren. Komm. Jetzt nicht abgelenkt. Wo ist denn der? Da. Ah, der ist weg. Der andere ist da. Oh, ich sehe... Der ist weg. Ist ja noch irgendeiner. Wir müssen den versuchen, auf den Takt da unten drauf zu schießen. Aber... Unseren Waffen ist das gar nicht so einfach. Das stimmt. Der andere, der ist ja von vorne explodiert, gell? Wir kriegen die ganze Zeit Munition für irgendeine Waffe, die wir nicht haben. Ist ja ja komplett dumm. Ja, ich habe für die... ACP oder so gerade gekriegt. Aber den... Ich fand den einen Roboter geil, wo ich mit meinem Feuerwerkskörper kaputt gemacht habe. Hast du da noch mehr hingeworfen, oder? Die ist nur noch... Alter, wie das dick abgegangen ist. Ja. Den hat es halt gebraten. Äh, wo das ich so genau treffe... Ist auch geil gewesen. Gar nicht so... Ja, hier auch. Äh. Super. Hier waren wir ja vorher schon. Ja, ich weiß. Aber... Jetzt können wir wieder weiter. Super. Bei mir verschwinden teilweise die ganzen Roboter, die wir erledigt haben. Zwei liegen bei mir noch da, mehr nicht. Wir haben ja nur drei kaputt gemacht. Ja, aber zwei liegen da. Einer liegt hier. Einer liegt hier. Und... Zwei sind ja bei mir auch noch. Ne, da vorne ist der dritte, glaube ich, gewesen. Oder war der nicht da vorne? Wir hatten doch noch einen vierten, oder? Den haben wir doch vorhin mit dem, äh, Ding erledigt. Mit dem Fasskanister-Ding, was ja explodiert ist. Da war noch ein zerrissen, der lag irgendwie am Baum, aber da ist keiner mehr. Ich hab doch auch hier auch irgendwo... Ach, keine Ahnung. Komm. Dann gehen wir jetzt weiter mit... Jetzt haben wir halt gleich... Jetzt haben wir halt vielleicht gar keinen Schuss mehr, aber gut. Wir kommen jetzt zum Bauernhof da drüben. Da wird man bestimmt noch mal, äh, mehr... ...Munition kriegen. Was ist hier das Falsche? Ich glaub, das hier ist ja... Ne. So. Schau mal vorne links. Da leuchtet wieder was. Moment. Ist es ein größerer Roboter? Oder ist es Feuer? Das ist Feuer. Und Roboter. Oh. Schau ab. Vorne rechts. Soll wir durch den Wald fahren? Das ist ein größerer. Komm, wir fahren gerade auch durch den Wald. Das ist ein Bauernhof. Gib Gas. Guck. Guck. Im Gegend haben wir jetzt bis jetzt keine Chance. Lauf. Lauf. Rennen. 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 So. Können wir uns hier verstecken? Weil das ist gar nichts. Hier spricht Sjonski. Ähm. Alles. Alles. Nein, 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 nein. Nicht von mir. Ich explodiere. Ich bin rein. In die Hütte rein. Komm in die Hütte rein. Ja, ja. Ja, weil ich auch in die Hütte kann, weil ich mich frisch gepackt habe. Ja. Ich bin für die Hütte drin draußen. Nice. Alles geht kaputt. Ah. Ist das Wetter nicht schön? Ich liebe Campingausflüge. Oh, das war's. Warte. Ich komme. Ah, hast du schon. So, schnell looten, bevor du weg bist. Du hast gedacht, das war's, du bist auch tot. Hast du nur einmal drauf geschossen, bestimmt. Und da war das Ding tot. Ja. Geil. Aber zum Glück kriegt man ja so viele Adrenalinspritzen, dass ich jetzt hier mal vorrecken kann. Komm jetzt ab ins Haus, ab und dann schnell ab. Moderation, schnell. Warte, ganz kurz. Komm her, komm her, komm her. Ganz kurz, komm her. Einmal, hast du den gerade geloadet? Das ist gerade nämlich wieder verschwunden. Das ist, glaube ich, ein Bug. Und hier liegt er in Munition. Das da drin habe ich bekommen. Stimmt, das könnte ich eigentlich anlegen. Die bewegen. Kann man eigentlich Sachen rauswerfen? Rechtsklick, Gegenstand ablegen. Ach, danke schön. Immer bitte. Scheißdinger, brauche ich nicht. Ich habe eine Waffe gekriegt jetzt da drin. Ich habe keine Waffe bekommen, ich habe ein Zielfernrohr bekommen. Ich habe ein Jagdgewehr gekriegt. Ah, du hast das bekommen, was ich bekommen habe. Schau mal hier, gehen wir da hin. Mäuser, Jagdgewehr. Hier, zack, zack. Ja. Da kannst du Ferndingsbums nehmen. Zielfernrohr. Oh, ein Schalldämpfer. Ja gut, dann sowas. Zielfernrohr. Genau, einerseits ein Schalldämpfer. Und drei Radios sind da drin, aber ich brauche keine drei Radios. Keine Ahnung. Hier draußen liegt auch nochmal Munition rum, was ich hingeschmissen habe. Ja, aber jetzt machen wir die Abmoderation wegen unseren 22 Minuten schon wieder. Schon wieder? Stimmt. Ja. Okay, gut. Wir wollten doch 22 Minuten. Genau. Gutes Zeit. Und jetzt wird es schön spannend hier noch hoffentlich. Ja, bestimmt. Wenn ihr euch hier noch so seht. Ja gut, dann äh. Tschüssi. Ja, dann ciao. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Folge. Schalt wieder rein. Und tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.